Der neue Meisterschaftspokal der Super League wird mit Champagner 28 Kilo schwer sein. Mag das den Käppen des Meisters überhaupt stemmen? Die Passanten haben das Gewicht geliebt und geben ihr ein Fazit. Es war schon schwer, aber es geht. Nach so einem Sieg hat man ja auch genug Adrenalin, dass man auch noch etwas mehr laufen könnte. Dein Herz schlägt für wer? Generell für Zürich. Ich bin nicht so ein Fussballfan, aber Basel darf man als Zürcher nicht wählen. Geze wird Meister und wenn Kim Kjellström es nicht schaffen würde, den Pokal raufzulüpfen, kann Geze dir anrufen und du machst das für ihn? Ich würde mich begreit erklären, falls ihr ihn erwähnt, ich bin da. Ja, ich muss sagen, es war schon recht anstrengend, also recht schwer. Ich glaube 28 Kilo sind es gewesen. Für einen allein schon ein wenig viel. Ich würde da sicher einspringen. Aber natürlich würde ich gerne eine Gegenleistung dafür haben, vor allem weil Basel ja genug Geld hat. Ich muss sagen, ich habe es mit Bravour bestanden, da hat es überhaupt keine Schwierigkeiten gegeben. Das sieht man auch im Video. Nein, es ist schon ein wenig anstrengend, aber ich glaube Fussball sollte das schon schaffen. Ich trainiere dir das ganze Leben dafür. Ich bin da sicher. Weil das ist sicher. Wärbel Buse, wögel ist die Woche der Falle. Ich bin da sicherlich am Ende, also faszinierend ist es für unser Leben. Herrawa Buse, ich bin da sicher. Vielen Dank.